Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Lepkom City Podcast hier bei Beklub TV. Euer Michel ist mal wieder für euch am Start mit einem Podcast, denn ich habe mir gedacht, das Ganze können wir natürlich auch ein bisschen variabel gestalten. Wenn es jetzt schon keine Streams gibt, dann gibt es halt die Retro-Metro-Actions und auch jetzt mal wieder einen Podcast zum Abschluss quasi. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass das das letzte Video- der letzte Podcast sein wird in diesem Jahr. Ja, denn nur wegen der WM- bzw. Winterpause lassen wir uns natürlich nicht lumpen, obwohl das in den letzten Wochen jetzt alles nicht so toll gelaufen ist, aber da komme ich noch dazu. Wir möchten natürlich heute mal über ein erfreuliches Ereignis sprechen, nämlich, dass der 1. FC Nürnberg es geschafft hat, mal wieder ein Spiel zu gewinnen, zu Hause, wohlgemerkt zu Hause. Und das auch noch gegen einen guten Gegner, der zwar keine besonders tolle Phase hatte jetzt und jetzt auch das vierte Spiel in Folge hintereinander verloren hat, aber nichtsdestotrotz gegen ein gutes Team hat die Mannschaft des Klubs eine tolle Leistung gezeigt. Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Es gibt unter anderem noch das neue Sondertrikot, wo ich zwar meine Meinung schon kundgetan habe und was gibt es noch? Die Hinrunde im Allgemeinen vielleicht ein bisschen angeschnitten. Ich denke, das wird nicht ausbleiben, wobei ich da noch was im Hinterkopf habe, was ich euch später mal vorschlagen möchte, ob ihr damit einverstanden werdet, wenn wir das so machen. Denn wie gesagt, wir wollen uns ja nicht lumpen lassen, zumindest was jetzt die Zukunft angeht und auch in diesem Jahr noch. Und was haben wir sonst noch? Die Winterpause an sich oder die WM? Ich glaube, da müssen wir nicht viele Worte drüber verlieren, weil ich glaube, da sind wir uns sowieso alle einig. Und ja, ich hätte einfach mal gesagt, fangen wir doch mal mit dem Spiel gegen den SC Paderborn an. Der 1. FC Nürnberg zu Hause vor 25.000 Zuschauern mit dem neuen Sondertrikot. Wobei Sondertrikot, ich habe bei irgendjemand gelesen, dass er gemeint hat, Oh, Sondertrikot, da ist eigentlich die Niederlage schon mit im Preis drin, so ungefähr. Also war der Tenor und, ja, oder nach dem Motto, weil es ja komplett in weiß gehalten ist, der Klub zeigt bereits vor dem Spiel schon die weiße Flagge und ergibt sich somit. Aber es kam ja dann doch alles ganz anders und wie es beim 1. FC Nürnberg so oft der Fall ist, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ich muss sagen, dass ich von dieser Leistung doch überrascht war, weil wer meine Match-Reaction gesehen hat gegen Hansa Rostock, das hat schon sehr, sehr wehgetan. Da war ich auch am Schluss dann ziemlich, ich will nicht sagen fertig, aber das hat mir schon ganz schön aufs Gemüt gedrückt, sagen wir es mal so. Und dementsprechend habe ich da auch im Vorfeld, und ja, ich kannte die letzten Spiele von Paderborn, welche sie auch teilweise ein bisschen unglücklich verloren haben. Nichtsdestotrotz ist das eine gute Truppe. habe ich mir quasi in meinem Kopf schon wieder ausgemalt, dass der Klub halt da dann quasi als der, was er ja auch schon öfter mal gerne gemacht hat, Aufbaugegner fungiert, dass er quasi den Paderbornern so einen schönen Jahresabschluss beschert in seiner Freundlichkeit. Und als hätte ich es nicht noch gesagt vorher oder verschrien in dem Fall, wir verschreien ja immer gerne mal irgendwas oder sagen dann, wir haben es verschrien, nur um unser eigenes Gewissen quasi zu beruhigen, dass Arminia jetzt auch das Punkten anfängt. Und das haben sie auch getan, haben nämlich ihr Heimspiel gegen Magdeburg wohlgemerkt gewonnen. Dementsprechend war dieser Sieg umso wichtiger und nichtsdestotrotz wissen wir alle, wenn wir jetzt noch gleich mal einen Blick auf die Tabelle werfen, dass das im Grunde genommen wenig Aussagekraft hat, aber eigentlich doch. Aber kommen wir erstmal zum Spiel an sich. Zunächst mal möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, um den verletzten Wehkesser und Lawrence gute Besserung zu wünschen, alles, alles Gute, kommt heil und stärker und vor allem gesund wieder zurück. Das ist natürlich mehr als bitter, dass es jetzt auch unseren quasi zweiten linken Verteidiger erwischt hat. Ich denke mal, wenn es so kommen sollte, dass Wehkesser auch über einen doch sehr langen Zeitraum ausfallen sollte, bei Lawrence ist das ja eigentlich klar, bei Wehkesser glaube ich. Wie gesagt, ich bin kein Spielerarzt, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Ausfälle dauern werden. Ich habe es zwar gelesen, aber ist mir auch schon wieder entfallen, sei es mir deswegen jetzt nicht böse. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe mal stark davon aus, dass womöglich Fabian Hünberger dann auf die linke Seite rutschen wird oder dass der junge Bräuning wieder seine Chance bekommt. Da hat er ja auch mit seinem ersten Ballkontakt erstmal einen klubtypischen Einstand gehabt, wenn man so möchte. Aber da kommen wir auch noch mit dazu. Aber ja, erstmal gute Besserung an Wehkesser und Lawrence. Und wenn wir auch schon bei Lawrence sind, da kam ja Vofana für ihn. Ein anderer etatmäßiger Innenverteidiger ist nicht mehr da. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass Vofana dann in der Rückrunde beim ersten Spiel gegen den FC St. Pauli auflaufen wird. Aber okay. Ich finde, man kann, oder ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, dass man durchaus so am Anfang, so die ersten paar Minuten eines Spiels schon ein bisschen ablesen kann, wie es eigentlich laufen wird. Das hat sogar, glaube ich, Robert Klaus mal bestätigt in einer Pressekonferenz, dass man mit der größten Planung und allem Möglichen reingehen kann. Aber so an den ersten Aktionen merkst du dann schon, okay, wir sind gut im Spiel. Das könnte heute was werden. Und so war auch mein Gefühl beim 1. FC Nürnberg, wie sie da aufgetreten sind, wie sie in die ersten Zweikämpfe reingekommen sind und so weiter. Man hat schon gemerkt, es ist ein gewisser Respekt da für Paderborn. Sollte man auch durchaus haben, weil es ist eine richtig gute Truppe. Und man hat aber gemerkt, heute ist irgendwie mehr Zug drin. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, es war einfach ein anderes Gefühl. Und ganz anders und wesentlich verbessert auch das Spiel nach vorne, im Gegensatz zu dem Auswärtsspiel in Rostock, wo man sich wirklich sehr, sehr schwer getan hat. Der Klub hat es viel versucht, auch über die Außen, dann mit langen Bällen auf Quad Vodur, der seine Sache da richtig gut gemacht hat vorne drin. Irgendjemand hat ja geschrieben, so von wegen, außer mit seinen zwei Toren, beziehungsweise dann noch mit der einen Chance, die er da hatte, hat man ihn nicht gesehen. Fand ich jetzt persönlich nicht so. Und natürlich muss man sagen, dass der Klub auch hätte früher in Führung gehen können durch Christoph Dafferner. Da hatte ich auch schon wieder online ein paar Diskussionen drüber. Und es ist ja nicht so, weil mir das ja auch schon mal vorgeworfen wurde, so von wegen, ich hätte da irgendwie meine Lieblinge und um Gottes Willen, die darf man nicht kritisieren. Ich denke, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie man das Ganze tut. Und auch heute hatte ich erst wieder das Gespräch mit einem Kollegen, der es auch gut meint mit dem 1. FC Nürnberg. Der hat dann auch gleich erstmal gefragt, ob jetzt das Gemüt ein bisschen, ob der Puls wieder ein bisschen beruhigter ist nach dem Sonntag. Und ja, was ich denn eigentlich denke, was mit Christoph Dafferner los ist und warum der überhaupt die Berechtigung hat zu spielen. Also sagen wir mal so, wenn jemand wie Mats Müller-Dehli, Christian Martiner, die ich ja tatsächlich sehr mag, schlecht spielt, dann kann man das auch durchaus sagen und dann ist es auch vollkommen berechtigt. Also Kritik muss und darf erlaubt sein. Die lasse ich da dann auch nicht aus. Also wenn Mats, der jetzt auch eine absolut schlechte Phase hatte, eigentlich die ganze Hinrunde schon nicht so wirklich in die Spur kam und ich glaube auch jetzt in dem Spiel seine beste Saisonleistung abgerufen hat, dann sprechen wir das auch durchaus an. Bei Christoph Dafferner ist es eigentlich im Grunde genommen dasselbe. Er tut sich schwer da vorne drin und ich hatte es dann mit Sascha drüber, wo wir uns mal unterhalten haben. Und wir finden eigentlich, weil halt auch viele immer darauf ansprechen, so von wegen, was macht er da eigentlich? Wieso hat er die Berechtigung da von Anfang an zu spielen, wenn er seine Buden nicht macht? Er ist halt auch nicht nur da vorne drin, um dann mit dabei zu sein einfach, sondern er tut ja auch tatsächlich viel. Also er läuft viel an, er kämpft, er rackert, er versucht Bälle festzumachen. Und er ist quasi so unsere erste Abwehrstation, wenn der Gegner versucht, das Spiel aufzubauen. Denn in der Hinsicht ist er halt dann auch wieder wichtig, weil er so viel rackert und arbeitet. Und das tun halt andere Stürmer, die wir auch noch im Kader haben, eher weniger. Dementsprechend würdest du Dafferner da rausnehmen, würdest du viel mehr Druck aufs Mittelfeld abladen. Meiner Meinung nach. Würdest du viel mehr Druck aufs Mittelfeld abladen und dann hängen halt die beiden Stürmer noch mehr in der Luft. Also Dafferner spielt ja fast schon ein bisschen hängende Spitze und versucht dann vorne anzulaufen. Natürlich kann man ihn in der Hinsicht nicht in Schutz nehmen, dass er einfach seine Chancen nicht macht. Und der Klub hätte viel früher in Führung gehen müssen, eben durch besagte Chance, wo wir auch wieder beim Thema sind, Quad Vodua den Ball schön von der rechten Seite reinspielt. Und ja, da muss man halt dann auch wieder sagen, Dafferner, er hat keinen linken Fuß. Ich meine, er hätte ihn dann vielleicht auch schon mit rechts ins lange Eck schieben können, gegen die Laufrichtung des Torwarts vielleicht. Er versucht ihn anzunehmen, verstolpert ihn dann. Und ja, im Endeffekt sieht er es dann ein bisschen, ich sage es jetzt mal diplomatisch unglücklich aus. Und ich saß auch da und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was macht der Junge da? Ja, aber okay. Er hat im Moment einfach kein Glück. Ich denke mal, wir haben jetzt, was die Qualität angeht, lassen wir Dua mal außen vor. Denn man hat es ja auch am jungen Schuranov gesehen, dann später in der Partie. Wir haben halt nicht die meisten Chancen, wir kreieren nicht viele Chancen. Dementsprechend hat er oder auch andere jetzt nicht die Möglichkeit, mal hier und da auch einen mal übers Tor zu schießen oder dass der Torwart ihn rausfischt oder irgendwie so. Und dann macht er halt den Nächsten rein oder den Übernächsten. Also so ist es ja nicht. Und er bekommt dann vielleicht eine, vielleicht zwei Chancen im Spiel und die macht er dann halt nicht. Ich weiß, es wird jetzt auch nicht mehr einfacher werden, weil noch einfacher als die Chance zum 1 zu 0 jetzt gegen Paderborn wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Und das muss man ihm wirklich sagen oder beziehungsweise das muss man ihm vorwerfen, dass er halt einfach seine Buden nicht macht. Ansonsten finde ich ihn für unser Spiel wichtig, macht er gut da vorne drin und ich hoffe einfach auch, dass er wie so viele andere dann in der Rückrunde wieder voll da sind und da voll eingreifen und gegebenenfalls noch ein paar Buden machen. Denn nochmal, ich möchte ihn nicht abschreiben. Und wer man auch nicht abschreiben konnte, war natürlich die Mannschaft des SC Paderborn, die sich hier und da zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, umständlich angestellt haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böser, als es gemeint ist, aber sie hatten nicht so diese Leichtigkeit drin, was auch vollkommen verständlich ist nach vier Niederlagen oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch drei Niederlagen in Folge. Allerdings waren die trotzdem sehr, sehr gefährlich und hatten hier und da auch richtig gute Möglichkeiten und mit die beste war wohl der Schuss aus der Distanz. Ich kann euch leider auch gar nicht sagen, wer es war. Wie gesagt, ich beschäftige mich ja ausschließlich immer nur mit dem 1. FC Nürnberg und seltenst mal mit Spielern oder Kadern des Gegners. Und diesen Schuss hat Christian Martenia, der eigentlich mit der Form stärkste ist, den wir momentan im Kader haben, beziehungsweise jetzt die Hinrunde, super pariert mit einer Hand, lenkt er den da an die Latte und der war gar nicht so leicht zu halten. Tut sich dann auch noch ein bisschen weh, hatte dann ein bisschen Probleme mit der Schulter, allerdings hat sich das dann, glaube ich, wieder gegeben und jetzt haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, damit sich das Ganze wieder auskurieren lässt quasi. Aber nichtsdestotrotz, der Klub hat in dieser Partie zumindest ein anderes Gesicht gezeigt, hat auch versucht, nach vorne zu spielen. Es gab hier und da auch noch ein paar Möglichkeiten, die, wenn man vielleicht ein bisschen besser ausgespielt hätte, auch zu einem Tor hätten führen können. Und ja, so ging es dann mit 1 zu 0 in die Pause. Danach habe ich mir schon gedacht, wie man sich halt schon die ganze Hinrunde gedacht hat, wie wird das wohl jetzt laufen, weil man ja immer nicht genau weiß, was für eine Halbzeit spielt der Klub jetzt und wie stellen sie sich an, wie kommen sie rein in die jeweilige Halbzeit? Ist das jetzt die Gute, ist das jetzt die Schlechte, ist das jetzt die Besonders Gute oder die Besonders Schlechte? Ja, es war eine gute Halbzeit, denn man muss sagen, nach 10 Minuten in der 55. Minute hat dann auch sogleich Dua seinen ersten Doppelpack geschnürt für den Klub. Er hat einen Pass bekommen von Mats Möller-Dehli, zu dem ich dann auch nochmal was sagen möchte. einen Pass bekommen von Mats Möller-Dehli und wird aber halt auch tatsächlich überhaupt nicht angegriffen. Also keiner der Paderborner hat sich da in irgendeiner Art und Weise verantwortlich gefühlt, da mal drauf zu gehen oder so und dementsprechend läuft er halt ein paar Meter. Und als er abzieht, habe ich mir schon gedacht, der schlägt ein, der geht voll rein und so kam es dann auch und Jubel war groß, 2 zu 0, was ja auch, wie wir alle wissen, ein sehr tückisches Ergebnis ist, aber zu dem Zeitpunkt war der Jubel natürlich riesengroß und man muss schon sagen, dass gewisse Spieler in dieser Partie auch sehr hervorgestochen sind, allen voran Johannes Geis, ein Megaspiel gemacht, wahrscheinlich auch seine beste Saisonleistung bis dahin. Dann haben wir natürlich Dua mit seinem Doppelpack und Mats Möller-Dehli. Finde ich, hat auch richtig überzeugt mal wieder eine klasse Partie gemacht und wir hatten auch einen Debutanten, nämlich den jungen Bräunig, der ein bisschen unglücklich agiert hat mit seiner ersten Aktion. Es ist halt einfach ein junger Spieler, da kannst du ihm jetzt, ja natürlich muss man ihm den Vorwurf machen, weil den Ball muss er natürlich anders klären, was dann zum 1 zu 2 geführt hat, so rum und normalerweise ballert er das Ding wahrscheinlich einfach mega aus dem Stadion oder aus dem Strafraum raus zumindest und dann passiert gar nichts, aber er schlägt so ein halbes Luftloch, trifft ihn dann, glaube ich, unten mit den Schrollen oder mit der Sohle irgendwie, der Ball springt einmal auf, der Stürmer ist da und köpft den Ball unten ins Eck und das sind halt immer so diese Momente, wo du dir als Club-Fan denkst, es kann einfach nicht nur irgendwie mal normal laufen, dass man so ein Spiel irgendwie 2-0 runterspielt und es muss immer spannend sein bis zum Schluss, aber wir können das Ganze auch abkürzen. Sie haben es dann ja über die Zeit gebracht, es gab ja dann auch noch eine gelb-rote Karte, ich glaube, Pieringer war es und wow, ich kann mir tatsächlich auch Namen merken, Pieringer war es, der dann, ich glaube, Johannes Geis zu Fall gebracht hat dann und sah dann in der 88. Gelb-Rot. Nichtsdestotrotz freut man sich natürlich, weil es gut für die eigene Mannschaft ist, wenn der gegen den Unterteil spielt, kann man jetzt als Fan wieder mutmaßen oder beziehungsweise als Club-Fan wieder mutmaßen, dass das eigentlich nichts zu bedeuten hat, weil man erst gegen Rostock wieder Lügen gestraft wurde, nicht nur was die Nachspielzeit angeht, sondern auch, dass man gerne in Unterzahl auch ein Tor kassieren kann. Es kam aber dann doch ganz anders, wobei ich mal anmerken möchte, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass ich glaube, vielleicht kann das ja mal irgendjemand, wenn er Bock und so weiter, das nachrecherchieren, dass der Club wirklich so einen inoffiziellen Weltrekord hält mit Gegentoren ab der 85. Minute. Also da bin ich der festen Überzeugung, weil das geht jetzt schon ein paar Jahre lang so, dass man sich hier und da gerne mal kurz vor Schluss oder schon in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer für den Gegner oder den Ausgleich einfängt und dementsprechend wäre das tatsächlich mal interessant nachzuforschen. Aber sei es drum, wir freuen uns natürlich über diesen Sieg mehr als alles andere, weil es jetzt doch irgendwie so ein bisschen ein versöhnlicher Abschluss einer Hinrunde ist, die eine Achterbahnfahrt war mit einem neuen Trainer, mit verschiedenen Konstellationen auch, was die Verletzungen angeht, mit immer zwei verschiedenen Halbzeiten gespielt, meistens mit einem Sturm, wo dann auf einmal nichts mehr ging, mit Schiedsrichterentscheidungen, mit 11 Metern und so weiter. Also da war eigentlich mal wieder, wie es halt so ist beim Club, wenn es dann auch schlecht läuft, alles mit dabei. Und ja, natürlich, und jetzt kommen wir zum Thema vom Anfang, mit der Tabelle, natürlich sind wir da auf gar keinen Fall und ich glaube auch Christopher Schindler hat es in der, nicht in der Pressekonferenz, Quatsch, in dem Interview nach dem Spiel hat er es dann angesprochen, dass sie selber wissen, dass man jetzt dadurch sich nicht zurücklehnen kann und auch überhaupt nicht aus irgendwas raus ist oder so, weil wer die zweite Liga-Tabelle vor sich hat, der sieht, okay, also da ist vor allem ab Platz 11, wo jetzt der 1. FC Nürnberg steht, alles sowas von eng beieinander. Also da kann noch sehr, sehr viel passieren in der Rückrunde und da ist man überhaupt nicht sicher. Und einerseits macht es das natürlich sehr, sehr spannend und interessant, andererseits denkt man sich, ja, also da möchte ich jetzt nicht unbedingt mit in der Verlosung sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, natürlich ist man aus nichts raus, wie ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, aber man hat zumindest es geschafft, aus den Abstiegsrängen rauszukommen und das ist in der Hinsicht wichtig, weil es einfach auch mit dem Kopf was macht. Zunächst mal gibt so ein Sieg natürlich Selbstvertrauen. Gegen ein gutes Team, ja, die haben jetzt zum vierten Mal hintereinander verloren, die sind da auch nicht glücklich drüber, aber nach wie vor. Und nochmal, es ist ein gutes Team, Paderborn. Die hat man jetzt geschlagen, hat sich Selbstvertrauen zurückgeholt, so nach dem Motto, okay, wir können es doch noch. Sie haben endlich auch mal ihr Potenzial, zumindest zu einem Großteil abgerufen, wo wir ja auch immer gesagt haben, wir sind der Meinung, dass da sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt, aber sie bekommen es einfach nicht auf dem Platz. Dann hast du noch Leistungsträger gehabt, siehe Mats Möller-Dehli und so weiter, die in ein absolutes Loch gefallen sind und jetzt gestern auch mal wieder gezeigt haben, zu was sie denn eigentlich imstande sind, ohne jetzt auch großartig zu glänzen. Es war ein gutes Spiel, aber es war jetzt auch noch nicht, wo du sagst, die sind bestimmt schon an ihrem Limit oder so. Aber das macht natürlich was mit deinem Kopf, wenn du dann nicht auf dem Abstiegsplatz, auf einem Abstiegsplatz, habe ich das jetzt richtig gesagt, ja, wenn du da nicht überwinterst. Und nochmal, Bielefeld, die ziehen sich jetzt auch aus der Kacke raus quasi, haben ihr Spiel gewonnen, hätten wir unsere Partie gegen Paderborn in den Sand gesetzt, würden wir jetzt höchstwahrscheinlich als Tabellen-18er überwintern und das über zwei Monate. Und das hast du dann immer im Hinterkopf und dann gehst du natürlich auch mit einer riesen Hypothek in diese Rückrunde rein. Dann am 29. geht es dann los für uns gegen den FC St. Pauli und das möchte natürlich keiner. Jetzt haben wir jetzt nicht so die allergrößten Nationalspieler, die da auch zur WM fahren. Dementsprechend kann jetzt Weinziel mit der Mannschaft arbeiten. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, ob da jetzt tatsächlich im Winter jemand kommt, ob der versprochene Sechser, obwohl in Anführungsstrichen versprochen natürlich, weil Dieter Hecking hat ja auch schon gemeint, dass einfach die finanziellen Mittel nicht da sind, ob da jetzt noch jemand kommt. Ich habe dann online auch schon wieder sehr, sehr viele Gespräche geführt und habe dann gemeint, also was viele irgendwie ein bisschen außen vor lassen, das sind Leihgeschäfte. Denn da hatte auch Martin Bader und wir kennen alle unseren Lieblingsbader, der jetzt auch nicht mehr im Fußballgeschäft arbeitet, aber der hat mal den schlauen Satz gesagt, wenn du nicht das Geld hast, dir die Qualität zu kaufen, so ungefähr, dann musst du dir leihen. Und gegebenenfalls gäbe es da eine Option, vielleicht einen Reservisten, Reservisten, der nicht glücklich ist, wie es halt dann oft so der Fall ist, von den Bundesligisten zum 1. FC Nürnberg zu holen. Wir wissen alle, dass Dieter Hecking jetzt nicht der größte Fan ist von Wintertransfers, aber in dem Fall wäre es vielleicht sinnvoll, auch was die Innenverteidigerposition angeht, vielleicht, aber vielleicht möchte man das auch intern auffangen, denn unsere sämtlichen U-Mannschaften sind ja eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Also schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, aber nochmal, ich hoffe, sie werden jetzt diese Zeit intensivst nutzen, Weinziel, die Mannschaft, der Trainerstab und so weiter, auch Hecking natürlich, um dann im neuen Jahr voll anzugreifen. Ich rede jetzt hier nicht von den vorgegebenen Saisonzielen, denn die sind meiner Meinung nach eh komplett außen vor, schon lange jetzt und Hauptsache, wir haben dann mit unten nichts mehr zu tun. Dieses Spiel gegen Paderborn gibt Hoffnung, mehr aber auch nicht im Moment, aber wir können zumindest ein bisschen versöhnlicher, ein bisschen zufriedener, vielleicht in Anführungsstrichen zufriedener in diese zweimonatige Pause gehen und dann schauen wir mal, was uns im Januar so erwartet. Auf jeden Fall hat uns auch ein neues Sondertrikot erwartet. Da wollte ich ja auch nochmal eine Kleinigkeit dazu sagen. Mit der Akademie der Bildenden Künste, glaube ich, hat der SDF zu Nürnberg da zusammengearbeitet und ich finde diese Message, dass der Mensch im Vordergrund stehen soll und dass im Allgemeinen das Konzept sehr, sehr ansprechend, sehr, sehr gut, vor allem in der heutigen Zeit, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das ist ein starkes Zeichen, auch wenn das manche dann gleich wieder ins, sagen wir, Lächerliche gezogen haben. Vor allem in der Hinsicht, was ich immer nie verstehen werde, ist, wenn sich dann Leute online in den Kommentarspalten auskotzen und dann meinen, die sollen lieber gescheit Fußball spielen, die sollen doch nicht so einen Scheiß da machen. Da wäre es doch viel gescheiter, wenn die einmal ein paar Punkte holen sehen und der Hattorische ist, oder? Also das ist immer so der typische Tenor, der dann da teilweise durchdringt, wobei ich mich dann auch immer wieder frage und ich glaube, ich werde es in Zukunft und solange es diesen Kanal gibt, auch noch öfter mal wiederholen. Also womöglich lag es jetzt tatsächlich dran, dass wir die letzten Wochen nicht so gut nach vorne gespielt haben, weil sich die Mannschaft halt einfach aufgrund dieses Trikots, also dass sie halt dieses Trikot, dass sie sich da Gedanken drüber gemacht haben, dass sie es zusammen mit dem Trainerstab entwickelt und ausgeführt und den Entwurf dann vorgelegt haben, überhaupt nicht darauf konzentrieren konnten, wie man eigentlich richtig nach vorne spielt. Dementsprechend hat das jetzt schon gepasst, dass diese Phase vorbei ist. Also Leute, mal ganz ehrlich, ich weiß immer nicht, was sich manche denken, dass sich da irgendeiner von den Spielern bestimmt über dieses Trikot Gedanken macht und dass in dem Verein da mehrere Leute arbeiten, die sich dann mit sowas beschäftigen, unter anderem Nils Rosso, der dann auch mit dem Sportlichen dann eher weniger zu tun hat in der Hinsicht. Also diese Argumente werde ich nie verstehen können und dass es dann halt in der Hinsicht wieder ins Lächerliche gezogen wurde, weil Mensch, ärgere dich nicht, Mensch ist der Club-Adept und so weiter. Ja, die Message dahinter, wie gesagt, fand ich super oder finde ich nach wie vor richtig, richtig gut. Die Ausführung auch des Trikots an sich war jetzt nicht mein Fall. Ich bin selber Sammler. Ich habe alles Mögliche an Trikots hier, auch Max Morlocks an der Trikot und so weiter. Selbst das Lebkuchen-Trikot, das war ja auch eine Geschmacksfrage und in dem Fall muss ich halt sagen, es trifft halt meinen Geschmack leider überhaupt nicht. Es war limitiert auf tausend Stück. Es ist auch schon gut ausverkauft, so wie ich das gesehen habe, wird jetzt auch schon wieder bei Kleinanzeigen gut gehandelt, sagen wir es mal so. Aber mein Fall ist es halt einfach nicht. Dementsprechend wird es auch nicht in meine Sammlung rutschen. So, so viel zu dem Thema noch. Und jetzt komme ich zu dem, was ich euch ja noch versprochen habe, beziehungsweise mein Vorschlag an euch. Denn wie ihr jetzt nach, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon wieder meinen Monolog halte, wie ihr ja schon unschwer festgestellt habt, bin ich alleine. Sascha ist wieder zurück. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir könnten doch einfach mal, vor allem Ironie des Schicksals, das muss ich noch mal kurz ausholen, ist, dass mein Internet, weil ich bin ja umgezogen, wie ihr wisst, das Unwort des Jahres, ich bin ja umgezogen, wie ihr wisst, und mein Internet wurde tatsächlich heute freigeschaltet. Also ich habe jetzt eine sehr gute Leitung, muss mich nicht mehr auf andere Menschen verlassen. Dementsprechend wäre es jetzt wieder möglich, zu streamen. Und natürlich finden jetzt eine gewisse Zeit keine Ligaspiele statt. Dementsprechend mein Vorschlag an euch, wie wäre es denn einfach mal, wenn Sascha und ich, vielleicht nehmen wir noch den Norman mit rein, wenn er Lust hat, einfach mal einen Live-Podcast machen, mit euch zusammen. Ihr könnt dann auch Fragen stellen, wir können uns ein bisschen unterhalten, nehmen das Ganze auf. Wer es dann im Endeffekt nicht mitbekommt, kann es sich dann entweder im Nachhinein bei YouTube noch mal geben oder eben dann bei Spotify, Apple, Podcast oder wo auch immer, weil dann wird es dann natürlich auch hochgeladen. Das können wir gerne mal machen. Ich werde mir auch noch ein bisschen was überlegen, jetzt auch für die nächste Zeit und noch in diesem Jahr. Und da können wir bestimmt ganz sicher irgendwas zusammenstarten. Und ich freue mich drauf, denn ich bin euch auch noch das Video schuldig zum Zimmer oben, beziehungsweise zum, was heißt oben, für mich ist es oben, weil es noch eine Treppe hochgeht, das neue Beklub-TV-Zimmer, was ihr auch teilweise schon gesehen habt und ich habe mir das ja nicht umsonst eingerichtet. Es ist teilweise ein bisschen auch Man Cave für mich selber, wo ich dann meine Football- und Fußballspiele anschauen kann, in angenehmer Umgebung und natürlich auch in der Hinsicht für euch. Und da soll ja in Zukunft dann gefilmt, gestreamt und so weiter werden und dann möchte ich das natürlich auch nutzen. Dementsprechend Live-Podcast wäre so meine erste Idee. Dann könnten wir nämlich auch zusammen mal ein bisschen noch über diese Hinrunde, und deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht so krass ins Detail gegangen, philosophieren. Wenn ihr Bock habt, schreibt es mir, zumindest was YouTube angeht, in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt mal eine schöne Woche. Wir hören, beziehungsweise sehen uns ganz, ganz bald wieder. Versprochen hoch und heilig. Und ihr dürft mir gerne natürlich auch noch in die Kommentare schreiben, eure Gedanken zum Spiel gegen Paderborn. Wie habt ihr es so empfunden? Wie habt ihr es so erlebt? Sagen wir es mal so. Und vielleicht auch noch ein bisschen was zu da ferner, zu den Verletzungen, was euch eben gerade so in den Sinn kommt. Und nochmal eine schöne Restwoche. Dankeschön fürs Zuhören. und nochmal, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns ganz, ganz bald wieder. Euer Michel sagt Ciao, ciao und wenn er irgendwas vergessen hat, weist mich bitte auch drauf hin. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.